Wir werden versuchen, mit allen Mitteln auf den ersten Platz zu kommen. Oh, Frank! So, und herzlich willkommen wieder zurück zur Gar.io. Und, ich habe ja schon mal ein paar davon gemacht. Äh, könntest du mal angucken, wenn ihr es noch nicht angeguckt habt. Und, ja, es ist schon verdammt lang erst, dass ich das gespielt habe. Und, ich habe immer gedacht, komm, ich versuche es, ich mache es nochmal. Und, ja, ich nehme mich jetzt mal Basi-Hasi und es geht los. Und, es leckt. Oh, shit, okay. Also, Deutschland, 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 verpustig. Niemand will mich, niemand will mich. Oh Gott, Frankreich ist natürlich auf dem ersten Platz, natürlich. Nicht, dass ich was gegen Frankreich habe, nein. Aber, ich hatte so meine gewisse Erfahrung mit Frankreich, letzten Part. Also, beim ersten Part quasi. Ähm, ja, diese Erfahrung war nicht wirklich schön. Und, von daher. Oh, guck mal, Kasachstan ist auf dem 5. Oh. Oh, goddamit. Okay, ähm. Unser Ziel ist es, in Agar.io. Auf den ersten Platz zu kommen, ohne zu sterben. Ohne gefressen zu werden, quasi. Shit. Okay. Es wird, äh, ein bisschen schwierig werden, aber... Äh, äh... Puh. Wir versuchen es auf den ersten Platz zu kommen. Und ich werde wahrscheinlich diese Serie so lange weitermachen, bis ich auf den ersten Platz komme. Weil ich so verdammt ehrgeizig bin, diesen ersten Platz zu bekommen. Wir haben gerade einen Score von... 83... 84. Und Coca-Cola ist ja gerade auf dem Weg. Ähm. Goddamit, ich habe Angst. Ähm. Wir werden versuchen, mit allen Mitteln auf den ersten Platz zu kommen. Oh, Frank! Mhhh. Ach, das sieht man doch gerne. Dass man wieder alles von vorne machen muss. Oh mein Gott, guck mich an, ich bin so ein kleines, orangenes Etwas. Ich will doch niemanden fressen. Ich bin doch einfach viel zu klein dafür. Wer will mich schon fressen? Außer dieser rote Punkt da hinten. Verpiss dich, niemand mag dich. Ich will dich nicht. Äh, äh, äh. Lass mich doch groß werden. Ich will doch nur wachsen. Ich will groß werden und wachsen. Oh, geil. So viele Punkte. Höhöh. Lass mich doch in Ruhe. Ich will doch nur wachsen. Komm her, bitch! Bitch, komm mal her, bitch! Oh, shit. Er wird größer als ich nicht. Komm mal her, Türkei. Ich brauche was... ...orientalisches. Oh, Obama! Obama, Obama! Oh Gott, Bosnien, nein! Alles nur nicht Herzegowina. Alles nur kein Herzegowina. Verpiss dich. Wo war Obama? Obama! Schottland, verbisst dich. Gerber Punkt auch. Dammit. Verpisst dich von mir. Verpisst dich von mir! Oh, Sonic! Sonic! Komm mal her, Sonic. Ich will nicht fressen. Komm her. Komm her. Hm, 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 hm. Hm, 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 hm. Hm, 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 hm. Es ist zu laut von mich. Ich bin viel zu laut. Oh Gott, dammit. Oh Gott, dammit. Oh Gott, dammit. Oh Gott, dammit! Schottland, verbisst dich. Oh, ha! Oh Gott, dammit. Help! Help! Fucking hell, ey, was für eine Bitch! Och, verpisst dich doch mal von mir! Niemand will dich! Hast du richtig gehört? Geh weinen! Geh weinen, du Penner! Deutschland, du! Deutschland, du auch! Goddammit! Was habe ich zu dir gesagt? Ich habe zu dir gesagt, ich will dich nicht. Ich habe dir gesagt, ich will dich nicht. Kasachstan ist nicht auf dem 5. Platz. Vielleicht steht er auf dem 1. Schwarzreger! Oh, damn, son! Komm mal her, Bitch! Komm mal her. Ne. Bei so kleinen Scheißdingern lohnt sich das nicht. Lohnt es sich nicht? Irland! Irland! Oh nein! Nicht Illa! Wer, 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 wer das ist? Irland! Goddammit, komm in meine Armee, Irland! Genau, geh zu Illa! Ich habe es verstanden, Irland! Ich habe es verstanden! Jetzt brauchst du nicht mehr angekommen zu kommen! Verpiss dich, Irland! Jetzt brauchst du gar nicht mehr anzukommen! Du hast dich für Illa entschieden! Okay! Okay! Ich nehme es dir jetzt auch nicht zu Herzen, äh... Fucking Irland! Ich will nur, dass du dich von mir entfernts! Ich habe keinen Bock mehr! Fucking Illa, ey! Dass er sich einfach eisgalt mein Irland geklaut! Und ich dachte, es tue nur die Polen! Ein Spaß! Ha! Egal! Oh Gott! Illa! Du fucking Bitch! Ich werde dich später... Was habe ich zu dir gesagt am Anfang? Was habe ich zu dir gesagt? Ich will dich nicht! Ja, jetzt darfst du wein gehen! Jetzt darfst du... Frankreich! Schön, dich wieder zu sehen! Alles fresh bei dir? Hey, Digga! Ich hoffe, dir geht's gut! Denn, ähm... Ich habe noch sehr viel Hunger! Also, von daher... Lass dich dich jetzt auf! Wohah Sugar! Wah hahahahahahahahahah Seite! OoooooooooooooO Munniyyeée! That's all I'm talking about! Ooooooooooooooooons! NEIN! Oh, Goddammit! Ey, das gibt's doch nicht! Da hat man einmal den Bauch vollgeschlagen... NEIN! Da muss ein dämlicher Penner kommen, der meinen Magen entleert! Was soll das denn? So läuft das denn? What the fuck? Oh. Okay. Ach, hör mal, du. Ich sperr dich jetzt ein. Wusstest du was? Ich werd dich jetzt auffressen, die fucking bitch. Komm her. Nimm dich trost. Ich hab' nen ganzen Magen voll. Ah, ich hab' nen ganzen Magen ist leer, also von daher. Wie weißt du, soll ich nicht fressen? Was heißt, und das jetzt genau jetzt? Na, komm mal her. Komm mal her. Komm mal her. Komm, 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 komm. What the fuck? Wieso muss es immer dann legen, wenn ich jemanden fressen möchte? Das ist gleich, als wenn ich irgendwie einen Döner kaufe. Irgendwann Döner auf'n Tisch hinlege und dann sage, komm, jetzt ist alles gut. Jetzt ist alles gut, aber ich fress euch beide jetzt auf, also von daher. Ähm. Ja. Ach shit, ey. God. Wow. Nein. Denk nicht bald. Fuck. Bitch. Hast du mich zu fressen? Ähm. Also das mit dem Döner jetzt. Äh, das ist gleich, als ich mich auf'n... Äh, ich wollte schon sagen, mich auf'n Döner hinsetze. Ähm. Gott, jetzt. Verschmelze ich. Bro. Oh. Oh Gott. Dammit. Dich will niemal, also wie schon gegessen mit dem Döner. Ähm. Das ist ganz ehrlich, weil ich einen Döner auf'n Tisch lege und sage, ich will nicht gleich essen. Und dann ruft mich jemand und dann setze ich mich hin, möchte meinen fucking Döner essen. Und was passiert? Mich ruft schon wieder jemand. Und? Das sieht aus, wie ich euch als mit dem Magen gelernt. Ey, komm her, USA. Okay. USA, ich bekomme dich bitte. Erstmal kompilieren wir uns. Oh. Wir sind so eine verdammt große Kugel geworden. Ah, yeah. Jetzt bin ich hier doch. Oh mein Gott, mein... 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 Hallo, Polen. Hine generally... Das war ein... Das war ein dichter. Oh, mein... Ich guck mich an. Oh, shit. Ich muss wirklich zugeben, je größere Container wird. desto größer die gefolge fressen zu werden wieso leben lieferte menschen ich mag es doch nur gerne zu essen gewerking das destiny ich will ich nicht ich will ich nicht wie hat der Doppel ist das da unten ah nein zu klein ah oh shit der ist groß der ist fett oh shit wieso kommt da unten auf einmal so eine ganze armee raus what the fuck scheiße ok shit happens ne oh fucking hell oh nein Kim Jong fucking oh damn son oh shit yes 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 ok wir wissen ähm Kim Jong Un ist äh auch in Nagar.io drin das heißt ähm wir sind alle am Arsch weil das mit so viel Bomben bombardieren wird das wird total ver- oh shit jetzt wird wieder groß na was willst du jetzt dagegen tun hä du fucking bitch ich würde euch alle fassen egal ob er es freut oder nicht oh gott außer dem Typen den kann ich nicht fassen aber oh oh king distannie die sind so geschrumpft er wurde gefressen oh mein gott das ist doch süß so kj da bist du ich von mir verpässt dich von mir du bist du bist wie eine patienten pommes für mich schilder ist ein gerusteller durch wird er nicht passen ihr könnt mich nicht fressen auch wie süß der dark lord oh mein gott wie süß ist der kleine dark lord da ist sogar war nein du schon wieder sag mal willst du mich verarschen ich fährst jetzt immer egal ob er es möchte oder nicht so noch in die ecke gehen und uns wieder vereinen zu einem ganz großen kugel und dark lord ist aber ganz schön groß geworden was ist mit dem spaßiger passiert komm werde eins komm schon werde eins wachse meine kugel wachse jetzt wachs doch endlich vereint euch ich weiß doch dass ihr es möchte kommt doch her polen polen ich weiß dass du auf meine seite ja 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 perfekt perfekt wir sind wieder eine große kugel dankeschön eine spende für den ba sie haben vielen dank vielen dank das war wirklich sehr aber jetzt will ich dich ganz haben was für ein elendiger bastard wir sind gleich groß bitch aber das gibt's doch nicht der typ hat was für ein bastard move war das denn jetzt das gibt's doch nicht der größte bastard move den ich jemals gesehen habe alter was geht denn hier ab mal gerade momentan ach du meine verfickte scheiße alter ach nö ich bin umzingelt es ist gemein ey diggers das ist jetzt nicht euer ernst the fuck die machen eine gangbang party dort da will ich aber nicht dabei sein what the fuck es tut mir leid zernig dass ich dich aufessen wollte ich hoffe du willst mich nicht mehr okay erdbeer verziehen wow das spiel wird immer spannender und spannender die spannung sitzt mir ganz schön ja ist ganz ruhig das spiel ich meine keine musik nichts das spiel ist so ganz in ordnung es ist ganz schön schnell du bist ne abwechslung kann man mitarbeiten ja ich brauche was zu essen ach komm mal her was für ein bitch move alter haha aber sowas lange weise ich brauche was zu essen nom 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 hab ich mal zwei typen gleichzeitig gegessen oh shit damn it ey komm mal her komm mal her komm mal her komm mal her neeein 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 Oh mein Gott, das war so mies Scheiße, Brian Das war so mies Scheiße, Alter, ich fühle mich so scheiße gerade, ey Aber naja, fressen oder gefressen werden ist das Motto hier Scheiße, warum bin ich nur so gemein Ach man Wieso bin ich so gemein Das geht doch gar nicht so Bitch, so leicht kommst du mir nicht davon Oh oh Ach nee, bitte nicht Sei jetzt nicht gemein und tu sowas Bitte, nein, nein, nein Noch gerettet, noch gerettet Hallo Frankreich conquist Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017